Überzeugtheit Überzeugtheit ist ein Substantiv zum Adjektiv überzeugt. Überzeugt wiederum ist ein partizipiales Adjektiv und steht dafür, dass jemand von etwas überzeugt ist. Überzeugt kommt eben vom Verb überzeugen. Überzeugen heißt, dass man jemanden durch Argumente dahin bringt, dass etwas als richtig oder notwendig ist. Man kann jemanden von einer bestimmten Aussage überzeugen oder von einem bestimmten Vorgehen überzeugen. Und wenn man einen Menschen überzeugt hat, dann ist dann der andere überzeugt, dass so und so die richtige Vorgehensweise ist. Und diese Überzeugtheit des Menschen kann dann auch länger andauern.